...licher Scharfschütze zu sein! Juhu! So, hallo! Willkommen zu meinem Let's Fail Battlefield 4. Ich bin der totale Noob. Ich habe gestern erst mit dem Spiel angefangen. Ich sterbe viel zu oft, kille viel zu wenig und ja, ich probiere es trotzdem. Ein paar Punkte springen immer dabei raus. Jetzt mal mit einer etwas anderen Taktik, als ich es bisher probiert habe. Ich versuche einfach im Eroberungsmodus zu diesen Fahnen zu kommen. Und mich so weit wie es geht irgendwie rauszuhalten, aber trotzdem halt in diese Fahnen Punkte zu kassieren. Und ja, schauen wir mal wie das hinhaut. Wo bin ich hier eigentlich? Morgendämmerer nennt sich diese Map. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das für eine tolle Map ist. Äh, ja, aber schauen wir einfach mal. Steigen wir... Da! Bleib hier! Bleib! Bleib, bleib, bleib! Mh, okay. Dann halt nicht. Uh, die ist nett. Und irgendwas hat da schon mächtig drauf gebolzt, dass der Squad schon hinüber ist. So. Achso, ja, bringt mir nix, wenn ich nicht selber schießen kann. Da haben wir wieder einen Quad von meiner Seite. Da vorne ist mein Squad, äh, Kollege. Und da geht auch schon irgendeine mächtige Post ab. Ich wüsste halt jetzt nur ganz gern, wo ich hin muss. D ist auch schon von uns eingenommen. Wieder keine Punkte für mich. Ich hab Lichtkontakt zu nem feindlichen MG-Schütze. Nördlich deiner Stellung. Äh, nördlich MG-Schütze, okay. Kurz mal ein Medikett herlegen. Irgendwas fallet da auch nicht. Da rein, nein. Ah, verdammt. Naja, gut. Ein paar Minuten gespielt. Äh, direkt gestorben. Was will der mal machen? Ähm. Ich kann ja nix. Es ist, äh, unglaublich schade, aber... Ich kann einfach nix in dem Spiel. Einsatzstil Charlie wurde erobert. Da ist ein Panzer. Dann lassen wir jetzt mal da die Gegend wirken. Ich suche mir hier mal einen Gegner. Der ist hier aber nicht. Wo ist er denn? Letztend von mir scheinen steinlicher Schaufschütze zu sein. Juhu. So. Ach, verdammt. Das hab ich jetzt zu spät gemerkt, dass sich da ein Feind mit mir versteckt. Ja, blöd, blöd. Ähm. Was kommen wir hier hin? Wo ist die? Da ist die. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen EMG-Schutz. Östlich deiner jetzigen Position. Wir kontrollieren jetzt alle... Ach, komm. Gut, 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 gut. Da drin. Da scheinen feindliche Helikopter zu sein. Wendlich deiner Position. Äh, Panzer. Dann laufe ich halt zu Alpha. See. Nachschluss, die wir gerade gewinnt haben. So. Ja, der war klar. Ich muss zu A und nutze hier die minimale Deckung, die mir dieses Gebäude gibt. So, das hier sollte uns gehören. Ach, ja. Das ist unglaublich. So, ich spawne hier mal bei meinem Teamkollegen. Das scheint feindlicher Panzer zu sein. Östlich deiner Position. So, so geht das. So, ich bin auf die Weine. Oh, was ist das? So, ich bin auf die Weine. 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 Ich bin auf die Weine. So, 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 ich bin auf die Weine. So ein fieser Hund, der spawnt, der kommt im Aufzug daher, brennt raus und erledigt mich. Boah. Jawoll. Verdammt. Hätte funktionieren können. Hartzauber nicht. Bin ich jetzt in einem anderen Spot? Nein. Ja, sag mal. Lass mich doch mal spawnen. Ja, diesen tollen, äh, Ladescreen, den werde ich oft sehen. Den werde ich verdammt oft sehen. Äh. Ja. So. Okay. Wo kommen die Typen her? Und wo schießen die? Okay. Du. Du. Wie kyk. Nimm die Typen hier. Oh, okay. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du. Ich bin. Du. Du. Ja, okay. Ich muss hier bei A bleiben. Das soll verteidigt werden. Was ist wieder der Typ? Und der Sniper hat mich erledigt. Ja, wunderbar. Okay, das war's dann. Oh! 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 Gut, gut. Ja, geh halt. Hallo? Hallo? Hm. Ach, Mann. Ein Versuch war es wert. Hätte auch funktionieren können. Oh, ist das niemand aus meinem Squad gerade am Leben? Äh, Gott, schaut das schlecht aus. Einsatzstil ECO wurde neutralisiert. Evo Union, go where it is! Feindlich ist ganz schön in der Luft. Oi, 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 oi. Das ist jetzt irgendwie gar nicht gut. Zündlich von dir ist ein feindlicher Panzer. Einsatzstil Charlie, Brunner-Mattern. So. War ein Versuch wert. Ja, schön. Äh, ja, ich quatsche überhaupt nicht viel. Ich bin so unglaublich konzentriert. Ähm. Irgendwie hier zumindest ein klein wenig. Kontrolle zu behalten. So. Oh, ja, dass das eine Sprengfalle war, war ja wohl dermaßen logisch. Was ist denn der schon wieder? Boah. Ja. Schön. Verloren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze hier, äh, etwas besser balanced werden sollte. Aber, schauen wir mal, was ich an Punkten bekommen habe. Naja, immer noch nicht wirklich viel. Eigentlich gar nicht viel. Und, ja, gut. Ich bin nicht der Letzte. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich gut. Und, ja, schön, hier, Stufe 3, ähm, ist natürlich ganz großartig, hier mit lauter so Profis zu spielen. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Server suchen. Aber, naja, egal. Ähm. Ähm, ich glaube, werde genau das machen und, äh, schauen wir mal beim nächsten Mal, ähm, wenn es heißt Let's Fail, wer weiß, vielleicht heißt es dann auch inzwischen Let's Play oder vielleicht sogar Let's Win, je nachdem, wie erfahren ich dann schon bin. Ähm, ja. Viel Spaß noch, äh, wir hören uns, wir sehen uns, ähm, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.